Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Kuschel und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr auf der Shadowed Throne der neuen Karte von World War II eben die Wunderwaffe bekommen könnt. Um die Wunderwaffe zu bauen, müsst ihr die ersten zwei Schritte des Haupt-Easter-Ecks gemacht haben. Ja, dabei müsst ihr zuerst auf die Hauptstraße gehen. Dort gibt es in der Ecke auf so einer kleinen Plattform oben links ein Radio. Auf dem Radio stehen Zahlen, also wahrscheinlich so Koordinaten. Merkt euch die auf jeden Fall und geht damit dann in die Kirche zurück. In meinem Beispiel stand hier nun ZX-3. Ich merke mir jetzt diese Kombination und gehe zur Kirche. In der Kirche gibt es nämlich eine Karte mit verschiedenen Koordinaten. Schaut als erstes auf der Karte rechts, in welchem Gebiet ihr den roten Pin habt. Der ist in jedem Spiel anders. Also der Pin ist immer in der anderen Region gepinnt. Ja, in meinem Beispiel in diesem Game hier war das jetzt in der Oder-Spray-Region gepinnt. Sobald ich das weiß, schaue ich links auf die Tafel. Ja, und links auf der Tafel schaue ich dann eben in die Section, wo Oder-Spray steht. Und dann erinnere ich mich an meine Kombination von eben meinem Radio. Das war ZX-3. Und ihr seht jetzt hier in dieser Spalte, Oder-Spray, ZX ist dann 51.2 und die 3 ist 71.4. Ihr müsst euch also 51 und 71 merken. Mit diesen zwei Zahlen geht ihr zurück an das Radio, wo ihr eben die Kombination zuvor her hattet. Benutzt einfach Viereck und dreht dann mit dem linken Stick bzw. den rechten Stick eben die linke Anzeige auf 51 und die rechte Anzeige auf 71. Also wir haben 51,2 und eben 71,4 gehabt, aber die Kommazahlen könnt ihr nicht eingeben. Wenn ihr das dann links und rechts, also hier auf 51 links und 71 rechts in meinem Beispiel gedreht habt, dann wird das Lichtlein unten grün und ihr hört eine Audio abspielen. Sobald diese Audio abspielt, habt ihr auf jeden Fall das hier richtig gemacht. Wenn ihr euch nun umdreht, dann seht ihr, dass in diesem Holzboxstapel ein Baseballschläger mit Nägeln ist. Ihr müsst diesen als Melee-Waffe aufnehmen und damit eine Box öffnen. Also einfach hingehen, Viereck drücken, dann habt ihr die als Melee-Waffe anstatt zum Beispiel der Schaufel oder so in eurem Inventar. Und wenn ihr nun zu der verschlossenen Box geht, die ist außerhalb vom Museum, dort wo so ein toter Soldat eben rumliegt, dort müsst ihr hingehen. Ihr seht, wie gesagt, dass da so ein Schloss an dieser Box dran ist und die müsst ihr nun aufschlagen. Nicht normal schlagen mit dem Baseballschläger, sondern mit der Taste, mit der ihr normalerweise anvisiert schlagen. Ich glaube, das ist Taste L2 in dem Sinne, also zumindest auf dem PS4-Controller. Ihr seht mich das jetzt im Video machen. Es hat, glaube ich, fünf, sechs, sieben Mal gedauert. Ich habe so oft draufgeschlagen und dann auf einmal ist die Box aufgesprungen. Wenn die Box aufspringt, dann müsst ihr noch einmal genauso mit L2 draufschlagen, denn da sind so Leuchtfackeln drin und die werdet ihr nun halt entzünden, mehr oder weniger. Aber Vorsicht, denn sobald ihr das gemacht habt, ist es so, dass der Zeppelin, der oben über euch im Himmel rumschwirrt, nun Zombies abschießen kann und diese zu so flammenden Zombies macht. Und die sind übelst schnell und die hauen euch wirklich schnell tot. Also ihr könnt ja auch nicht aufheben oder so. Dementsprechend ist mein Tipp, wenn ihr Easter Egg-Stötte macht und eben immer diese komischen flammenden Zombies habt, schaut immer, dass ihr einen Bomberzombie überlasst. Denn der Bomberzombie kann nicht verwandelt werden vom Zeppelin. Also am besten von dem Bomberzombie hinten eben den kleinen Mann einmal anschießen, dass er die Bombe fallen lässt und den dann aufheben. Der läuft zwar auch, aber er kann sich da nicht in so einen flammenden Zombie verwandeln. Ja, nun müsst ihr, um noch einen Teil für die Wunderwaffe zu bekommen, einen von diesen entflammten Zombies messern. Ja, diese Zombies heißen Sissler und das sind eben diese, die vom Zeppelin halt angeschossen werden und euch dann voll schnell hinterherlaufen. Ihr müsst sie mit einer Melly-Waffe töten. Das ist ganz wichtig. Nehmt zum Beispiel so einen Baseballschläger oder eine Schaufel oder so und wenn ihr einen von diesen habt, dann tötet die mit eben dieser Waffe. Dadurch bekommt ihr nämlich auch ein Teil, das ihr für die Wunderwaffe eben braucht. Ja, um in den Raum zu gelangen, wo ihr eben die Wunderbuchse bauen könnt, braucht ihr eine Batterie. Diese Batterie findet ihr im Museum oder im Theater. Es sind im Moment drei Locations bestätigt. Falls noch welche dazukommen, die ich jetzt nicht nenne, schreibe ich die dann natürlich danach in die Beschreibung rein. Im Museum, einmal hier oben, wo ich jetzt hinschieße, kann einmal diese Batterie legen. Wenn sie hier nicht ist, kann sie im Museum unten sein, dort wo ich die Batterie dann auch aufgehoben habe. Und wenn ihr an diesen zwei Locations die Batterie nicht findet, dann geht ins Theater. Und zwar ist da an der Wand eine M1928, eine Wandwaffe und dort daneben kann die Batterie auch noch liegen. Das ist eine kleine Batterie, die etwas rot leuchtet. Also Vorsicht, die kann man auch leicht übersehen. Ihr geht nun zu den Wohnungen zurück und unterirdisch von den Wohnungen befindet sich so ein Arenal, wo eben ein Käfig ist. Und dort vor dem Käfig ist eben so ein Generator, da müsst ihr nur die Batterie einsetzen. Wenn ihr nun, wie gesagt, dort unten in den Käfig reingeht, nachdem ihr die Batterie eben in den Generator eingesetzt habt, dann könnt ihr einfach zur Maschine hingehen und alle Teile einsetzen, die ihr braucht. Ja, und dann könnt ihr einfach die Wunderwaffe aufnehmen, wenn ihr wieder hier raus wollt, nachdem ihr der Käfig geschlossen habt. Wenn ihr die Wunderwaffe nicht in der Hand habt, beziehungsweise wenn ihr sie nicht gebaut habt, dann müsst ihr einfach vier an der Batterie drücken. Ansonsten müsst ihr mit der Wunderwaffe einmal hier die Batterie, also den Generator anschießen, dann öffnet sich der Käfig wieder. Ja, diese Wunderwaffe hat zwei verschiedene Angriffe. Einmal mit R2 schießen, das ist wie so ein Blitzstrahl eben. Aber was auch cool ist, wenn ihr mit L2 schießt, dann ist es wie so ein Granatwerfer mit einfach explosivem Elektrogeschossen. Und da geht euch die Munition nie aus. Ihr habt da mindestens immer einen Schuss drin. Und wenn ihr damit Zombies trefft, verwundet oder tötet, dann rechargt das eure Ammunition. Also ihr bekommt davon wieder Munition zurück, auch für die andere Seite vom Angriff. Das heißt, ihr müsst zum Beispiel später Batterien auffüllen oder so. Und wenn ihr dann immer mit L2 schießt, dann könnt ihr eure komplette Munition wieder aufladen. Ja, Leute, das war's zu dem Video. Wenn es natürlich ein Upgrade gibt oder von der Waffe, dann findet ihr alle Videos, die ihr braucht, hier auf meinem Kanal. Wie immer, vielen lieben Dank fürs Gucken. Wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da oder ein Like. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video und bis dann.